Baldur's Gate 3 wird in wenigen Tagen ein Jahr alt und passend zum Geburtstag hat Larion ein Geschenk für uns, den Patch 7, einer der größten und vor allem auch wichtigsten Patches bisher. Und zu diesem Patch gab es jetzt ein paar schlechte, aber auch ein paar gute Nachrichten und allgemein einige Neuigkeiten, die ich gemeinsam mit euch anschauen möchte. Bevor wir aber mit dem Patch starten, möchte ich euch noch ganz schnell meinen Kooperationspartner Holy vorstellen. Die machen Energy Drinks, Hydration Drinks und Ice Tees. Ich bin gerade hier auf der Website unterwegs und würde euch vor allem die Eistees empfehlen persönlich. Die mag ich am liebsten, die schmecken am natürlichsten. Das ist auch gerade bei der Hitze echt angenehm, die zu trinken. Allgemein sind die Drinks von Holy ja ohne künstlichen Aromastoff und ohne süßlichen Zucker. Und hier zum Beispiel mag ich sehr gern den Zitrone-Schwarzen Tee oder Apfelgrüner Tee oder auch hier Limette-Minze. Aber wo wir gerade von Hitze gesprochen haben, wenn man dann vielleicht sogar noch Sport macht, sind die Hydration Drinks echt gut. Das ist eine andere Kategorie, sieht man hier. Die sind auch ziemlich lecker. Die Energy Drinks haben die richtig abgefahrenen Sorten. Man sieht das hier schon. Emberiuso, Kaktusfeige, Mango, Maracuja, Ananas, Citrus, Kalamansi. Ich weiß nicht mal, was Kalamansi ist. Orange, Zitrone, Kokosnuss und so weiter. Ich habe noch nie viele Energy Drinks getrunken, deswegen ist das auch nicht ganz so mein Favorit. Aber die Sorten sind ganz cool. Der Geschmack ist echt witzig. Aber ihr seht schon, dass es da eine Menge unterschiedliche Sorten gibt. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr Holy noch gar nicht kennt und Neueinsteiger seid, hier direkt auf der Webseite, der Link ist unten in der Beschreibung und auch oben als Anmerkung, euch die Starter-Sets anzugucken. Da gibt es verschiedene, entweder so ein Deluxe-Starter-Set, wo von allen ein bisschen was drin ist oder von einer bestimmten Kategorie. Und wenn ihr dann beim Kauf noch meinen Code benutzt, Martin5, kriegt ihr 5 Euro Rabatt für alle Neukunden. Oder wenn ihr schon Kunde seid, könnt ihr Martin10 benutzen. Dann bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Euer Feedback zu der Kooperation ist echt gut und auch allgemein sind die Bewertungen zur Holy ziemlich gut. Ich habe mir mal die angeschaut, weil ich immer wissen möchte, für wen ich da Werbung mache und mit wem ich da zusammenarbeite. Hier Reviews.io zum Beispiel, die haben fast 14.000 Bewertungen. 91% der Kunden empfehlen Holy. Und das ist mal ganz interessant, sich da Rezensionen durchzulesen. Was ich da eben auch gesagt habe, trifft man da durchaus wieder. Zum Beispiel, dass manche halt eher nur Bock auf Eistees haben oder scharf sind auf die Energydrinks, auf die Gaming-Booster, wie das manche auch nennen. Hier perfekter Gaming-Booster. Wenn ihr also unsicher seid, guckt euch das nochmal an. Ansonsten, wie gesagt, benutzt den Link in meiner Beschreibung oder in der Anmerkung und dann seid ihr automatisch für den Rabatt freigeschaltet. Fangen wir mit den schlechten Nachrichten an. Eigentlich sollte der Patch 7 schon am 22. Juli in die Beta gehen. Auf Steam kann man sich für die Beta anmelden. Ich zeige euch das hier mal kurz. Wenn man auf die Steam-Shop-Seite geht, gibt es hier den Baldur's Gate 3 Playtest. Ich bin schon angemeldet. Ihr könnt euch da auch anmelden und dann werdet ihr zufällig ausgewählt, vielleicht als Teilnehmer. Und das sollte, wie gesagt, am 22. Juli starten. Allerdings sind sie auf ziemlich viele Probleme jetzt gestoßen und deswegen verschiebt sich der Start der Closed Beta auf später diese Woche, haben sie geschrieben. Das haben sie am Montag geschrieben, am 22. Juli. Jetzt haben wir schon Samstag. Später die Woche. Viel Zeit ist nicht. Mal gucken, ob das noch bis Sonntag startet oder ob die Probleme doch größer sind, dass es länger dauert. Auf der Plus-Seite könnt ihr euch immerhin noch für den Test anmelden, falls ihr es bis jetzt nicht gemacht habt. Oder ihr wartet dann einfach auf den September. Das ist dann der Plan, wenn es für alle veröffentlicht wird. Die Beta ist ja nur auf Steam veröffentlicht oder nur auf Steam möglich. Und für Konsole, Mac und GeoG muss man auf den vollen Release warten. Den Teil wollen wir mal nicht zusammenlesen, weil das wiederholt sich ein bisschen. Gehen wir hier direkt in die Highlights. Also neue Evil Endings. Und die sahen teilweise ganz cool aus. Wir haben schon ein paar GIFs gesehen. Das war dann zum Beispiel hier in dem ersten Eintrag zu dem Patch. Und da geht es vor allem um den Dark Urge. Das, wenn er sich da wirklich fies verhält, dass das auch in den Endings wieder gespiegelt wird. Dann endlich der eigene Mod-Manager für Baiduos Gate 3. Damit kann man Mods browsen, installieren, benutzen, kurzzeitig deaktivieren. Und alles, was man mit einem Mod-Manager erwarten möchte. Und das hat schon immer Vorteile, finde ich, wenn das direkt vom Entwickler angeboten wird. Das ist meistens stabiler, zuverlässiger und dann auch direkt im Spiel integriert. Zugänglicher auch für Anfänge. Wenn ihr wirklich mal mehr Details über die einzelnen Sachen wissen wollt, die ich schon angesprochen habe, wo ich jetzt sage, da haben wir schon darüber gesprochen. Guckt euch einfach das letzte Video an. Und nochmal ganz kurz zum Mod-Manager. Man wird jetzt nichts großartig Neues sehen. Manche Sachen gehen schon mehr ins Detail und vielleicht zugänglich. Und einfach mehr Leute können sich damit beschäftigen. Und auch mehr Mod-Autoren. Aber wir werden jetzt tatsächlich keine neuen Level sehen. Und keine neuen Quests, richtig neue Kampagnen sozusagen, wie es bei Divinity Original Sin 2 durchaus möglich war. Das ist zu kompliziert. Das hat auch in Divinity Original Sin 2 nie wirklich bugfrei am Ende funktioniert. Und es haben auch nur sehr wenige Leute genutzt. Das war einer der Gründe, warum das dann Lerien für Baldur's Gate 3 nicht gemacht hat. Dass er so viel Arbeit erfordert, ohne dass der Nutzen so groß gewesen wäre. Ist die Argumentation, obwohl ich mir gerade denke, dass Baldur's Gate 3 doch nochmal auf einer ganz anderen Stufe stattfindet als DOS 2. Und das Interesse da auch größer gewesen wäre. Ich hätte es toll gefunden natürlich, aber so ist es halt. Das habe ich auch selber bis jetzt noch nicht benutzt, weil ich noch nicht im Splitscreen gespielt habe. Aber auch das hat man hier schon gesehen in der letzten Angelegung, in meinem letzten Video, dass der Splitscreen jetzt dynamisch ist. Was wirklich cool ist. Das mag ich in solchen Spielen gerne. Wenn man getrennt in der Welt unterwegs ist, hat er seinen eigenen Teil des Bildschirms. Aber wenn man zusammen im gleichen Gebiet ist, wird er halt verschmolzen. Und das gibt ein anderes Gefühl, dass man wirklich das Gefühl hat, zusammen ein Abenteuer zu erleben. Ist ganz schön. Der nächste Punkt ist hier Honor Mode Combat. Da geht es um Dwarraxlin, den roten Boss im Goblin Camp. Und wenn der jetzt in die Spider Pit runtergeworfen wird oder irgendwie anders da landet, wird er versuchen, sich mit den Spinnen zu verbünden. Mit einem neuen Spell, Arachnid Compulsion. Das ist natürlich ganz cool, weil das mit der Spinne, die sind ja eigentlich nicht so gut auf die zu sprechen, weil sie da irgendwie auch eingesperrt sind. Kann er das versuchen zumindest, dass das klappt. Und gibt noch mal ein bisschen mehr Dynamik. Und auch vor allem einen schwierigeren Fight, wenn das dann klappt. Als nächstes die Bulette. Da musst du dir erst nachschauen. Weil ich spiele das ja auf Deutsch, also mit deutschen Untertiteln und auch mit deutschen Texten. Und ich weiß nicht, ob der Name mal ausgesprochen wurde. Aber die Bulette, das habe ich ja mal gegoogelt. Das ist, was wir unter einer Bulette verstehen. Aber in Baldur's Gate 3 und in D&D, Dungeons & Dragons, ist die Bulette der Landhai, heißt das auf Deutsch. Auf jeden Fall hat die einen neuen Zustand. Diamant, Schuppen und eine neue legendäre Action. Shredding Scales. Also da kann die Scales, die Schuppen anscheinend auch wegschleudern. Würde ich mir vorstellen, dass das wie Geschosse sind. Und nochmal schwieriger geworden. Zonermord Combat sage ich auch gleich noch was. Mal gucken, was hier schon steht. Dann gibt es Maluform natürlich. Die neue legendäre Aktion, wo er nach Anhängseln greift. Anhängsel, Appendage, Appendix, hat ja auch irgendwie noch eine andere Bedeutung. So mit den Eingeweiden und so. Da bin ich mal gespannt, was das genau ist. Eine neuere Aura und ein Spell für die Spectators. Für diese einäugigen Monster. Panicked Sentinel, ein Ocular Nightmare. Aura und Spell. Schreizkan. Wenn Leisel das hören würde, dass ich die Namen hier so falsch ausspreche, gäbe es gleich Ärger. Ich will nochmal wenigstens, wer das ist. Das habe ich schon spekuliert. Das ist der Anführer vom Gifjanki-Überfall in Akt 2. Hat eine neue legendäre Aktion. Soul Sacrifice von Shraihrak. Der Gifjanki-Anführer von den Knights of the Shield Hideout. Hat auch eine neue legendäre Aktion. Und Ptaris hat eine neue legendäre Aktion. Da muss ich auch nachgucken, wie das ist. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich spoiler hier einfach mal irgendeine Sachen mit den Patchnotes. Das ist wirklich für Leute interessant, die das eigentlich schon durchgespielt haben. Ich spoiler vorsichtig. Das ist, wenn man die Mission erfüllt mit dem Ei. Aus Ende des ersten Aktes. Vom Kloster. Dann gibt es nur diese Figur. Und deswegen habe ich die nicht getroffen, weil ich die nicht auf diese Art und Weise abgeschlossen habe. Und da es hier nicht steht, Honor Mode Combat. Das sind die Änderungen für die Honor Mode. Man kann jetzt diese ganzen Honor Mode Mechanics, diese zusätzlichen Auren und Spells, die die Bosse haben, jetzt auch in dem Custom Mode mit reinnehmen. Es gibt jetzt ja seit einer Weile schon, neben den normalen Schwierigkeitsgraden, überhalb von Taktik eben noch Honor Mode. Und das hat neue Möglichkeiten und neue Mechaniken für die Bosse, was ganz cool ist. Und wenn man im Honor Mode den einmal komplett durchspielt, ohne zu sterben, bekommt man Achievement und goldene Würfel. Wenn man jetzt in einem Honor Mode stirbt, ist das nicht wie bei anderen Iron Man Modes, dass das Spiel dann komplett vorbei ist. Man hat zwar nur ein Save Game, aber dann wird automatisch runtergegradiert, in Anführungszeichen, zum Tactician Mode. Das heißt, ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, hätte ich mal nachschauen müssen, ob man auch die Honor Mode Mechanics verliert, oder man praktisch nur das Achievement verliert und das eine Save Game und sonst einfach auf den Mechaniken vom Honor Mode weiterspielt. So oder so kann man jetzt von Anfang an den Custom Mode starten und sich das komplett zusammenbasteln, das Spiel, die Stellen, die man schwerer haben möchte, schwerer und leichter und so weiter, die ganzen Einstellungen möglichen, die man eh schon hat und als zusätzliche Option eben den Custom, dem Honor Mode Mechanics im Custom Mode. Finde ich richtig gut. Beim Interface gibt es Veränderungen. Das ist hier, wie man das Upscaling einstellen kann, dass das ein bisschen logischer, nachvollziehbar und einfacher ist. Kann man da mit einem Slider einstellen und einem Dropdown-Menü. Dann gibt es für das Reactions Interface ein paar Änderungen, dass man da nicht, wenn man da ein paar Sachen umstellt und was rausnehmen möchte, ganz oft Do Not React anklicken muss. Und das funktioniert jetzt andersrum. Man sucht einfach die Reactions aus, die man haben möchte und bestätigt das einmal. Dann gibt es am Controller ein neues Equipment Options Menü. Was ganz praktisch ist, wenn man hier mit Gail ihm Sachen geben möchte am Anfang, wenn er halt noch Sachen braucht, um seinen Zustand zu kontrollieren, dann kann man jetzt eine Donate-Item-Option auswählen und daraus kann man auch auf die Kiste zugreifen. Was irgendwie ganz sinnvoll ist, beim Inventar hat man ja meist nur die Sachen, die man dabei haben möchte, weil sie gut und mächtig und benutzbar sind. In die Kiste stoppt man dann überflüssige Sachen. Das heißt, man muss die nicht vorher da rausnehmen, sondern auch das, ein schönes Quality-of-Life-Verbesserungselement hier. Geschaut ist ja am Ende auf ein neutrales Wort enden, weil ich das gesagt habe. Das Element. Sehr schön. Das mit der Seife ist so ein richtig schönes, kleines Rollenspiel-Element. Das haben sie ja mit einem Patch eingeführt, dass man Seife benutzen kann, um sich zu waschen, wenn man so plötzlich Blut verschmiert ist, dass man nicht eine Rast dafür machen muss. Aber bis jetzt war es halt Consume, hieß die Action, oder Use. Ne, genau. Es hieß bis jetzt Consume so rum. Und Consume ist aber auch, wenn man Sachen essen und trinken möchte. Und deswegen heißt es jetzt Use, damit man da ganz genau weiß, dass man die Seife benutzt und dass man die nicht aufisst. Hier ein kleines Quality-of-Life. Da habe ich ein. Ein kleines Quality-of-Life-Verbesserungselement wieder. Schon wieder das. Dass man, wenn man in der Character-Creation unterwegs ist und da zwischen den verschiedenen Möglichkeiten und her swappt, dass dann manchmal der Name wieder auf Custom zurückgesetzt wird. Und hier bleibt der Netz erhalten. Und manchmal gab es kleine Anzeigefehler, wenn man ein Feed ausgesucht hat beim Level-Up, dass dann die falsche Spell-Ability angezeigt wurde. Auch das wurde jetzt behoben. Nächster Punkt ist Art. Da haben sie erstmal einen neuen Loading-Screen in Akt 3 eingeführt. Okay. Mit Baldur's Gate 3. Natürlich passend mit der Stadt. Dann haben sie einen Teil des Rocks verändert. Von der Adamantin-Splint-Rüstung. Da fehlte irgendwie was. Anscheinend für weibliche Zwerge. Und bei der Adamantin-Schuppen-Rüstung. Bei großen Charakteren hat das wohl geklippt in den Körper rein. Auch das wurde jetzt gefixt. Kommen wir zu Gameplay. Ach, da steht es auch noch mit dem Custom-Mode. Dass man jetzt die Honor-Mode-Mechanics da starten kann. In dem konfigurierbaren Schwierigkeitsgrad. Das ist wirklich toll. Dann die Ko-Tau. Die haben ja versprochen, eine Armee aufzubauen, wenn man die Quest in diesem Sinne entscheidet. Und dann werden die jetzt auch im finalen Kampf auftauchen. Solange sie nicht alle in Akt 1 gestorben sind. Aber das ist natürlich ganz cool. Die sind ganz witzig. Einfach ein tolles Treffen mit denen. Echt witzige Quest. Und das mag ich eh immer, wenn diese Entscheidungen gerade im Endkampf noch mal wieder gespiegelt werden. Das mochte ich in Mass Effect. Das mochte ich in Dragon Age Origins. Und das ist auch hier ein tolles Erlebnis, wo das alles nochmal zusammenführt. Dieses lange Erlebnis, was man hatte. Manchmal dann über 100, 150 Stunden. Und dann kommt das alles zusammen am Ende. Und man sieht richtig, wie das auch in dem Teil nochmal Auswirkungen hat, was man im Spiel entschieden hat. Und je mehr das stattfindet, desto besser. Dann haben wir noch was anderes, auch mit dem Final Battle. Die Gondians, die auch Hilfe versprochen haben, kommen jetzt mit einem freundlichen Steelwatcher, einem Stahlwächter. Und Xenertubian entschuldigt sich für die Verspätung. Aber auch das, genau das Gleiche. Es ist ganz toll, dass das nochmal dann auch eine spielmechanische, aber auch eine emotionale Auswirkung hat am Ende. Aber die nochmal zu sehen, ist dann schon ziemlich cool. Wo ich jetzt langsam ins Alter komme, denke ich auch an solche Sachen. Das kommt mir bestimmt auch irgendwann entgegen. Wenn man jetzt in der Character Creation einen Charakter erstellt und für ihn glatzköpfig auswählt, als Frisur, kann man trotzdem noch die Haarfarbe verändern, weil das zum Beispiel wichtig ist für die Augenbrauen. Also so kleine Kleinigkeiten fallen dann manchmal doch noch auf, auch nach fast einem Jahr, in dem das Spiel inzwischen draußen ist. Neben dem Splitscreen gibt es hier noch eine andere Verbesserung für Multiplayer. Und zwar die Dialoge, die einfach während des Spielen stattfinden in der Spielewelt, Overhead Dialogs wird das genannt, sind jetzt auch möglich zwischen mehreren Charakteren, zwischen mehreren Spielercharakteren, wenn unterschiedliche Leute die spielen. Im Moment ging das halt nur so, wenn man einen Spieler die kontrolliert, zwischen denen war das möglich. Und das Ergebnis ist, dass einfach noch mehr Banter zwischen den einzelnen Spielercharakteren stattfindet im Spiel. Wird sich wahrscheinlich vor anderen bemerkbar machen, je mehr Leute man hat, wenn man zu viert spielt, war das halt wahrscheinlich vorher relativ eingeschränkt. Und das ist jetzt auch alles da. Und das trägt auch viel bei. Das mag ich total gern. Allein deswegen habe ich auch manchmal unterschiedliche Charaktere ganz gern dabei, beim Partywechseln, weil in bestimmten Augenblicken es einfach so schön ist, wie die sich miteinander kabbeln oder auch Witze und Nettigkeiten austauschen und wie sich auch die Dynamik im Laufe des Spiels ändert. Ganz tolle Sache. Als nächstes gibt es Group Height. Wird nicht länger auf Summons angewendet, die nicht gelinkt sind. Okay, ich habe so wenig Summons gehabt, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Dann wird das Verhalten geändert, wenn man jetzt Camp Supplies für eine lange Rast auswählt. Wenn man jetzt Camp Supplies auswählt, die gestackt sind, dann nimmt das Spiel nur das, was es braucht von einem Stack. War vorher anscheinend nicht so. Das ist mir nicht so aufgefallen, weil ich wirklich viele Camp Supplies habe. Aber wenn man da knapp Camp Supplies hat, kann das natürlich schon ein Problem sein. Das nächste ist interessant. You can no longer cheese. Lesen wir es mal vor. Den Leap of Faith Trial, das Gericht von Char, einfach indem man auf die letzte Plattform klickt. Da spätestens fällt ja wahrscheinlich ein, was das ist, wenn man es schon mal gespielt hat. Es gibt so eine Herausforderung, wo man über ein unsichtbaren Muster laufen muss, wo halt teilweise man in den Abgrund fallen kann und wo man aber dann auch über so eine sichere Spur, wenn man die halt richtig identifiziert, zum Ende kommt. Da gibt es mehrere Hinweise drauf, wie man das lösen kann. Mich jetzt gar nicht spoilern, falls ich es noch nicht gemacht habe. Aber eine Lösung war auch einfach, weil das Wegfindungs, die Wegfindungs-KI sich über die Unsichtbarkeit nicht geschert hat, einfach auf das Ende zu klicken, wo man hin möchte und dann ist der Charakter automatisch hingelaufen. Und auch witzig, das hat auch fast ein Jahr gehalten. Das ist sowas, was sich von Anfang an komisch angefühlt hat. Hier noch ein fieser Bug, der mir zum Glück auch nicht passiert ist. Wenn man Laiselle wiederbelebt am Strand von Akt 1, taucht sie dann irgendwie in der Party auf, in dem UI-Element, aber nicht in der Welt und dann kann man auch Akt 1 nicht beenden. Dann gibt es hier noch Probleme mit Gale und der nekrotischen Aura und Safe Games, das haben sie gefixt. Und das Letzte ist Wintharra, da wurde der Körper teilweise unsichtbar im Level-Up-Screen. Bei Animationen, für Astarian-Fans, fand ich eh schon, mit den Kuss-Animationen gab es ja ein paar coole Sachen, aber weitere Ideal-Animations davon hinzugefügt, dass er nicht immer nur im Camp steht und ein Buch liest. Ehrlich gesagt, gar nicht so drauf geachtet. Aber er macht wirklich nicht viel, jetzt wo es angesprochen wird. Mehr fällt mir spontan auch gerade nicht ein. Und auch für Minz gibt es eine neue Ideal-Animation. Boo hat ihm dann Tai-Chi beigebracht. Da bin ich mal gespannt, was wir da sehen, wenn er da ganz bedacht und entspannt ein paar Tai-Chi-Übungen im Camp macht. Kalach wird sich nicht mehr die rasierte Seite ihres Kopfes bürsten. Bei Kalach bin ich eigentlich immer aufmerksam gewesen, aber da habe ich auch nicht drauf geachtet. Anscheinend findet das statt. Macht auch Sinn. Und für Shadowheart wurden die Nacken- oder die Halsküsse verbessert, wenn man sich auf dem Pfad, auf dem Schar-Pfad halt befindet. Aber dann für Charaktere mit großem Körpertyp und für Drachengeborene, für Dragonborn. Writing und Flow. Sie haben neue Dialogoptionen und Voiceline, so zusätzliche, zu einigen Sachen hinzugefügt. Erstmal hier allgemein across the game für mehr Reaktivität und vor allem für bestimmte Edge-Cases. Das heißt, für Sachen, die wirklich nur von wenigen Leuten ausprobiert werden, die kaum stattfinden. Und gerade da haben sie ein bisschen mehr Reaktivität hinzugefügt. Bin ich mal gespannt, ob ich davon was selber entdecke. Meistens lese ich dann selber eher das irgendwo auf Twitter oder auf Reddit oder so. Wenn da wirklich coole Sachen dabei sind, welche es euch auf jeden Fall auch zeigen, weil sowas immer ganz witzig ist. Und beim Dark Urge gibt es auch mehr Reaktivität in Dialogoptionen, aber auch von der Erzählerin, in Dialogen über das ganze Spiel hinweg. Bin ich mal gespannt, was wir da erwarten können. Mehr Banter und mehr Voiceline gibt es anscheinend auch zwischen den Party-Mitgliedern oder Romanzen in der Party, die anscheinend bis jetzt inaccessible waren, die durch einen Fehler einfach nicht abgespielt wurden. Und auch da können wir neue Sachen erwarten. Es gibt schon erste Sache richtig mit einem Spoiler-Tag, also Avatar-Laser, das heißt, wenn man selber spielt, kann jetzt entscheiden am Ende des Spiels, gucken wir es mal an, nachdem das Brain besiegt wurde, okay, das weiß eigentlich fast die, das ist nicht mal so ein Edge-Case-Spoiler. Also sie kann am Ende entscheiden, als Avatar, was sie halt machen möchte, selbst wenn sie nicht der Avatar war, in den Entscheidungen vorher, im Main-Dialog. Das heißt also, wenn man die Figuren ein bisschen wechselt oder wer gerade der Sprecher ist, an der Stelle dann auch eine zusätzliche Möglichkeit, die vorher dann anscheinend dadurch abgeschnitten wurde. Interessant, ich lasse ja schon manchmal einfach Lasel entscheiden oder spiele sie in bestimmten Augenblicken oder andere Charaktere, wenn ich denke, dass es besser zur Situation passt. Gerade für sowas kann das dann gut sein, wenn man da noch mehr Optionen hat. Hier hat man noch einen Dialog, wo man Will nach einem Kuss fragen kann, okay, also Epilog, jetzt nicht allgemein im Spiel, aber ich muss sagen, ich bin einer derjenigen, der mit Will nicht so viel anfangen kann, finde ihn immer noch ein bisschen langweilig, deswegen kam der bei mir nicht bei vielen Sachen zum Einsatz. Aber hier auch noch im gleichen Zuge, wenn man in holografischer Form im Epilog ist, dann wird Will nicht automatisch annehmen, dass er mit Lasel spricht. Es gibt dann vielleicht andere Situationen. Aber auch wenn ich Will nicht so mag, mag ich, finde ich es natürlich trotzdem toll, wenn da Sachen verbessert werden für die Leute, die ihn mögen. Ich möchte jetzt hier einen neuen Gruß für seinen Romanzenpartner in Akt 3 und aber auch für Charaktere mit wirklich niedrigem Zustimmungswert, also für beide Enden, ich weiß nicht, ob ich bei ihm einen niedrigen Zustimmungswert habe, weil ich ärgere ihn ja nicht absichtlich oder mache irgendwelche Entscheidungen, die ihm nicht passen. Er ist bei mir wahrscheinlich einmal in der Mitte, wahrscheinlich werde ich beides nicht sehen. Das nächste ist, das finde ich auch ganz nett, die Begleiter sind jetzt ein bisschen mitleidiger gegenüber Astarion, wenn er am Ende von der Sonne fliehen muss, wenn das halt so gekommen ist und das wurde halt, finde ich, auch ein bisschen passend, nachdem er es zusammen erlebt hat, dass das nicht nur so ein witziger Augenblick sozusagen ist, weil es eigentlich schon gemeinfähend ist und da gibt es anscheinend dann auch andere Reaktionen. Es gibt einen neuen Dialog mit Kalach, wo sie auf Daman reagiert, wenn sie ihn halt tot auffindet, nachdem er eigentlich gesagt hat, ja gut, ich helfe dir und dann gibt es ja bestimmte Entscheidungen und Quest-Verläufe, wo er tot ist und neuer Dialog, das ist eh alles schon sehr dramatisch immer. Zum Glück muss ich das nicht sehen, in meinem aktuellen Durchlauf lebt Daman ja und wir tun, was wir können für Kalach. Das finde ich auch interessant, was das wohl genau heißt. Mintara wird jetzt darauf reagieren, wenn man sie im ersten Akt K.O. geschlagen hat, an welcher Stelle sie dann wohl reagieren wird, bei den Türmen, da bin ich in meinem Run ja gerade und ich habe genau das gemacht, ich habe sie im ersten Akt K.O. geschlagen und komme jetzt zum zweiten Akt. Es wäre wirklich toll, wenn ich das noch erleben würde. Hoffentlich erscheint der Patch, der Beta-Patch noch, bevor ich an die Stelle komme, dass ich das euch auch gleich zeigen kann im Spielverlauf. Das nächste ist Scripting, das ist meistens nicht so interessant. Manchmal sind da coole Sachen drin, ich werde erstmal für euch eben kurz überfliegen und euch dann nur die Highlights sagen, weil viele Sachen sind wirklich so Kleinigkeiten, die nicht so interessant sind. Jetzt habe ich überflogen und eigentlich sind doch viele spannende Sachen dabei. Also im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass bestimmte Sachen nicht ausgeführt waren oder wurden, obwohl sie vorhanden waren, obwohl sie auch so gedacht waren. Das ist dann halt, dass bestimmte Bedingungen erfüllt waren oder nicht erfüllt waren und das nicht richtig ausgeführt wurde. Zum Beispiel hier, wenn man Dark Urge spielt und Minthara tut dann so, als hätte man Baal akzeptiert, auch wenn man spielt, dass er hier nicht mehr unter dem Einfluss steht, weil man sich dann wieder dagegen entschieden hat. Manchmal gerade so, wenn man erst das eine gemacht hat und dann das Gegenteil, dass dann nur das eine richtig akzeptiert wurde. Oder dann gibt es solche Sachen, eine Kussszene mit Shadowheart, wenn man ihr das Idol of Sha gegeben hat, da gab es anscheinend viele. Oder Jahira hat die Party verlassen und es nicht mehr richtig gefolgt, wenn sie auch nur eine Nacht nicht in der Party war im Camp. Das sollte ja auch nicht sein, dass man sie dann wieder mitnehmen kann, aber das ist auch falsch gelaufen. Und, und, und. Also einfach hauptsächlich mehr Reaktivität. Die Leute machen und sagen Sachen, sie entscheiden sich für oder gegen etwas. Man kann an den Dialogen anders teilnehmen. Manchmal auch, dass sichergestellt wird, dass da hier der Spielercharakter, hier hat man es in Akt 1, wo es um die Hack geht, dass da wirklich sichergestellt wird, dass der Spielercharakter an den Dialogen teilnimmt oder der Wortführer ist sozusagen. Das sind nur so Kleinigkeiten, die eigentlich immer eher aufgefallen sind als Logikprobleme. Und man denkt so, warum sagt sie das denn? Das habe ich doch anders entschieden. Das ist halt verändert worden. Das ist dann für bestimmte Fälle interessant. Aber meistens wird man es gar nicht mitbekommen, weil man nicht in diesem spezifischen Fall drin steckt. Als nächstes noch Performance. Das machen sie die ganze Zeit ja. Performance und Stabilitätsoptimierungen. Auch dahin weiter. Und hier nochmal die Performance optimiert. Und vor allem haben sie es nochmal, das ist allgemeine Sachen. Und hier haben sie es nochmal erwähnt, dass es spezifisch in Gebieten mit großen Nummern von NPC, eben zum Beispiel der Unterstadt, dass es da zu Verbesserungen kommen wird. Dass da weniger Speicher verbraucht wird. Und das gleiche findet auch statt mit viel Loot. Wenn man solche, alles gleichzeitig von einem Charakter in die Kiste packt oder umgekehrt oder von einem Charakter auf den anderen umlädt, dass es da nicht mehr zu diesem Problem und Hängern kommt. Gucken wir uns noch als letztes die Cinematics an. Da haben sie auch welche überarbeitet. Und hier zum Beispiel, wenn man mit Ansos Bones im Wormway interagiert, da haben sie eine Cutscene verändert. Und auch das nächste ist etwas, woran sie schon in jedem Patch immer wieder arbeiten. Die Gesichtsausdrücke und Emotionen in verschiedenen Dialogen und auch die Gesichtsanimationen während der Kuss-Szenen wurden verbessert und polished. Including, das ist auch nochmal als Spoiler hier, wenn Astarion ein Vampire Lord wird für dieses Ende. Das haben wir auch schon als GIF ja kurz gesehen, eine Andeutung davon. Und auch das, schreiben sie nochmal, sind nur die Highlights von Patch 7, sobald der Patch veröffentlicht ist. Mal gucken, ob sie es dann schon mit der Beta-Version machen oder wenn das wirklich für alle live ist. For everyone schreiben sie. Spätestens dann sehen wir auch die ganzen Patch-Notes, die halt, wie gesagt, mit über 1000 Einträgen sind. Mal gucken. Also Patch 7 wird auf jeden Fall wieder riesig. Ich freue mich auf die Beta. Ich hoffe, dass ich da reinkomme. Mindestens für die Minthara-Szene, die ich ja gerne zeigen möchte, was da neu ist. Und allein mit Minthara gibt es im zweiten Akt und dann vor allem im dritten einige Szenen, auf die ich mich sehr freue. Möchte ich gerne in der Party dabei haben. Und ein paar Sachen habe ich eben hier schon in den Patch-Notes gelesen. Deswegen beeilt euch. Sie haben gesagt, bis Ende dieser Woche, heute ist Samstag, viel Zeit, also als ich es aufnehme, ich glaube, das Video geht am Sonntag online, viel Zeit haben sie nicht mehr. Gucken wir mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich in den Patch reinkomme, werde ich euch sicherlich auch ein paar Sachen zeigen. Ansonsten läuft das Let's Play ja gerade noch weiter an einer sehr spannenden Stelle. Und auch davon abgesehen, habe ich jetzt gerade zum ersten Geburtstag von Baldur's Gate 3 noch ein paar Sachen geplant. Das Spiel wird mich und euch auch noch lange begleiten.